So, meine Damen und Herren, unser nächster Referent, das ist Herr Professor Dr. Hermann Harde. Er hat mich darum gebeten, die Vorstellung ganz, ganz kurz zu machen, damit nicht so viel Zeit vom Vortrag weggeht. Deswegen, also hier in absolutem Rekordtempo, Sie haben an der TU Hannover studiert, Physik mit Ausrichtung auf Atom- und Laserphysik, waren dann an der Universität Kaiserslautern wissenschaftlicher Assistent und haben dort auch promoviert und Professor für Lasertechnik sind Sie geworden an der Helmut Schmidt Universität Hamburg, Professor für Lasertechnik und Werkstoffkunde und eine Professur haben Sie noch dazu bekommen, 2005 Professur für Experimentalphysik und Materialwissenschaften. Ihre Forschungsgebiete sind Erzeugung und Nachweis ultrakurzer Lichtimpulse, Ausbreitung ultrakurzer Lichtimpulse in Glasfasern, Entwicklung von optischen Gassensoren für den medizinischen Einsatz und die Umwelttechnik und auch etliche andere Dinge mit Lasern wie Oberflächen, Mikrostrukturierung und auch die Ausbreitung und Wechselwirkungsprozesse elektromagnetischer Strahlung in der Atmosphäre. Das war jetzt wirklich ganz kurz, es gibt noch viel mehr, aber jetzt hören wir gerne zu über das Thema, wie viel tragen CO2 und die Sonne zur globalen Erwärmung bei? Ja, einen schönen Dank für die nette Einführung, meine Damen und Herren, auch an die Organisation, mein Kompliment an ein sehr interessantes Programm, das uns hier bisher schon erwartet hat und ich denke auch morgen noch wirklich große Highlights zeigen wird. Wie Sie eben gehört haben, bin ich kein gewachsener Klimaexperte, sondern habe mich erst im Laufe meiner Tätigkeit vor allem angeregt durch die spektroskopischen Arbeiten, auch zu Gasen in der Atmosphäre, insbesondere auch dem CO2, eben mit dieser Thematik auseinandergesetzt und bin immer neugieriger geworden und nun bin ich dankbar, dass ich hier die Gelegenheit habe, Ihnen meine Erkenntnisse darüber vorstellen zu dürfen. Das Thema haben Sie gesehen, vor allem will ich mich konzentrieren auf die Anteile von CO2 und dem solaren Anteil über das letzte Jahrhundert. Das können wir am ehesten auch aufgrund der bisherigen Entwicklung durch Messungen und Beobachtungen abdecken. Dieses erfordert also eine genauere Betrachtung auf der einen Seite des Treibhauseffektes und ebenso auch des Solareinflusses und ich weiß, dass es auch in diesen Reihen hier Skeptiker gibt, die den Treibhauseffekt leugnen, nicht akzeptieren, aber aus der physikalischen Sicht gibt es für mich keinen Zweifel daran und das möchte ich auch belegen hier im Laufe des Vortrages. Nun, allerdings muss man sich über die Beiträge, die die einzelnen Gase dazu beisteuern, sehr wohl kritisch unterhalten und darüber lässt sich lange streiten. Hier möchte ich Ihnen meine eigenen Ergebnisse kurz darstellen, im Unterschied gerade zu den IPCC-Resultaten und dann darstellen und darauf hinweisen, wo die Diskrepanzen, die Unterschiede zu den IPCC-Angaben zu sehen sind. Die Beurteilung des Einflusses von Treibhausgasen, insbesondere dem CO2 auf unser Klima, dafür ist eine besonders wichtige Bezugsgröße in den Klimawissenschaften die Gleichgewichtsklimasensitivität. Darunter verstehen wir, dieses nur nochmal für einige, die sich nicht mit dieser Thematik so auseinandergesetzt haben, darunter verstehen wir eben den Temperaturanstieg bei einer hypothetischen Verdopplung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Somit ist dieses also die maßgebliche Kenngröße für den CO2-Einfluss und einen Anstieg über die zu beobachtenden Zeiten. Nun, da es sich hierbei um ein logarithmisches Gesetz, wie wir gleich auch noch sehen werden, handelt, spielt die Anfangstemperatur dafür, für diese Definition überhaupt gar keine Rolle. Nun ist diese Größe nicht direkt messbar und auch nur aus Einzelbeobachtungen, Berechnungen, Messungen ableitbar, die ihrerseits aber wieder in ihrer Wirkung auch sehr unterschiedlich interpretiert und dargestellt werden. Deswegen ist dieses die vielleicht am kontroversesten diskutierte Größe überhaupt in den Klimawissenschaften. Die Angaben schwanken, wie Sie hier sehen, um gut einen Faktor 20 von 0,4 bis über 8 Grad Celsius und selbst das IPCC gibt diesen Wert in dem letzten Zustandsbericht relativ vage mit gut 3 Grad an in den Grenzen, wie Sie hier sehen, von 1,5 bis 4,5 Grad. Nun, hieraus werden die Vorgaben für das 2 Grad und auch das jetzt verschärfte 1,5 Grad Ziel abgeleitet mit all den katastrophalen Prophezeiungen. Deswegen ist es besonders wichtig, die vom IPCC-Aktivisten vorgegebenen Rechenwege kritisch zu hinterfragen, möglichst mit wissenschaftlichen Methoden und sie zu überprüfen. Dieses erfordert umfangreichere Rechnungen, auf die ich hier nur schemenhaft eingehen kann, die dann ihrerseits wieder in ein mehr oder weniger komplexes Klimamodell eingehen und aus diesem Modell dann schließlich erst der eigentliche Wert für die Gleichgewichtsklimasensitivität und auch eventuelle solare Änderungen abgelesen werden können. Nun, während das IPCC sich auf sehr teure, auch andererseits leistungsstarke Rechner verlässt, die allerdings für einen einzelnen Lauf teilweise bis zu einem Jahr benötigen, um ein Ergebnis herauszubekommen, möchte ich hier mit einem ganz einfachen Modell, das ich Ihnen hier vorstellen möchte, einem sogenannten Zwei-Lagen-Klimamodell, möchte ich das dem gegenüberstellen. Hier wird die Erde und die Atmosphäre als Absorber für kurzwellige Strahlung und langwellige Strahlung betrachtet und gleichzeitig bilden sie Quellen für die langwellige Strahlung. Nun, im Gleichgewicht geben die Schichten und das gesamte System genauso viel Leistung ab, wie sie von der Sonne hier oder von einer Nachbarschicht der Atmosphäre oder umgekehrt die Atmosphäre von der Erde wieder an Strahlung aufgenommen haben. Das führt zu einem gekoppelten Bilanzgleichungssystem, dass man auf diese Weise einerseits für die abgestrahlte Leistung der Erde und genauso für die Leistung der Atmosphäre in Aufwärts- und Abwärtsrichtung entsprechend lösen kann und mit Stefan Boltzmann ergeben sich daraus die entsprechenden Temperaturen. Nun, während das IPCC dafür eine Größe nennt, die Strahlungsaktivität wird charakterisiert in der Tropopause, sind bei meinem Modell die wesentlichen Parameter, die Schlüsselparameter, die kurzwellige Absorptivität, die langwellige Absorptivität und der Anteil an Strahlung, der in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung gerichtet wird. Dieses erfordert dann eine Reihe von Rechnungen, von Strahlungstransferrechnungen für fast 900.000 Linien der Treibhausgase, die Sie hier aufgeführt sehen, dass für mehr als 220 Unterschichten der Atmosphäre, die sich in ihrer Temperatur, in dem Partial- und dem Gesamtdruck jeweils unterscheiden, darüber dann aufzusummieren, zu integrieren ist. Dieses für 14 verschiedene CO2-Konzentrationen, für unterschiedliche Wolkenbedeckung und für drei Klimazonen. Durch einige Parameter, insbesondere die Rückstreuung an Wolken und Absorption an Wolken, lässt sich dieses Modell in den Strahlungsflüssen und der gesamten Energiebilanz anpassen, an das Energie- und Strahlungsbudget-Schema von Trembot, Fassolu und Kiel, das weitgehend akzeptiert ist, soweit. Und ebenfalls kann man über diese Parameter den globalen Temperaturanstieg als Funktion der in diesem Falle abnehmenden Bewölkung entsprechend an dieses Modell anpassen. Damit stehen diese zwei, diese Beobachtungen, sowohl aus dem gesamten Energieschema wie auch hier über den Wolkeneinfluss und die Temperatur gewissermaßen als Eichpunkte für das Modell zur Verfügung, um das dann kleine Störungen durch den CO2-Anteil, aber auch den Solaranteil entsprechend berücksichtigt werden können. Also basiert dieses Modell einerseits auf der Energieerhaltung und enthält dabei alle Strahlungsflüsse, inklusive auch hier der sensiblen und der latenten Wärmeflüsse. Es berücksichtigt die kurz- und langwellige Wechselwirkung, der Strahlungswechselwirkung mit den Gasen, aber auch den Einfluss auf die Wolken und mit den Wolken und ich betrachte dabei die Auswirkungen auf den Treibhauseffekt sowie auf die Solar- und Bewölkungsänderungen. Wie wir das noch sehen werden. Nun, eine solche Simulation mit diesem Modell sehen Sie hier dargestellt. Die obere Kurve hier für die Erdtemperatur, die untere für die untere Atmosphärentemperatur. Und wir sehen, dass diese Kurven schon relativ schnell mit wachsender CO2-Konzentration in eine sehr deutliche Sättigung übergehen, die verursacht ist. Einmal durch das CO2 selber, aber ebenso durch den Wasserdampf, durch die Überlappung mit Wasserdampflinien. Und weiterhin sehen wir hier als grüne Linie, dass wir ab etwa 140 ppm die Erdtemperatur sehr gut durch eine logarithmische Funktion wiedergeben können. Wenn wir die Equilibrium Climate Sensitivity hier abgekürzt, also die Gleichgewichtsklimasensitivität hier aus diesem Diagramm ermitteln wollen, dann gehen wir eben von 380 auf 760 ppm an entsprechender Verdopplung und lesen dann hieran ab, wie weit die Temperatur angestiegen sein kann. Dieses als Wert für eine CO2-Verdopplung. Das heißt, in diesem Fall gibt diese Rechnung einen Wert von 1,09 Grad Celsius und dieser Wert stimmt innerhalb eines Zehntelgrades mit den Angaben aus der Literatur, auch wie sie vom IPCC für diesen Fall der Erwärmung der Klimasensitivität ohne Rückkopplungen angesetzt wird. Soweit wäre also bei einer Erwärmung um gut einem Grad ist da kein Alarm, ist das kein besonderes Problem. Und insofern sind sich auch viele Klimawissenschaftler darüber einig, dass die ansteigende CO2-Konzentration hier mit einem Strahlungsantrieb, den ich hier jetzt einmal dazu eingeführt habe, als Delta-FC CO2 nur eine moderate Erwärmung um einen Anteil von Delta-T0 geben sollte. In diesem Diagramm stellt hier das Lambda-S die Planck-Sensitivität dar oder auch bekannt als Klimasensitivitätsparameter. Größere Bedenken kommen auf, weil anzunehmen ist, dass schon kleine Störungen hier eine Rückkopplung hier in Einheiten von Watt pro Quadratmeter und Grad Celsius eine Verstärkung verursachen können, die eben die ursprüngliche Störung erheblich heraufsetzen können. Wie Sie das hier über solch ein Blockschaltbild dargestellt finden und auf der rechten Seite durch eine relativ einfache Gleichung formuliert. Wir haben das ja über Henry Masson heute Morgen schon gehört. Da haben wir diesen Ausdruck hier für die Rückkopplung als Verstärkungsfaktor schon kennengelernt. Hier als Verstärkung einer Gesamtstörung genauso für die Verstärkung der Klimasensitivität jetzt nach Berücksichtigung, mit Berücksichtigung der Rückkopplungseffekte. Dabei ist dieser eingerahmte Term eben die Rückkopplung, diese 1,09 Grad Celsius, von denen ich eben gesprochen habe, ohne Rückkopplung. Ja, als bekannte Rückkopplungseffekte kennen wir die Wasserdampfrückkopplung, den Temperaturverlauf über der Höhe in der Atmosphäre, besser geläufiger bekannt als Lapse-Rate-Feedback, dann die Oberflächen- und die thermische Wolkenrückkopplung. Zusätzlich, und vom IPCC nicht erwähnt, nicht im letzten Sachstandsbericht irgendwo aufgeführt, betrachte ich die Konvektions-, Evaporations- und die solare Wolkenrückkopplung. Nicht, weil diese Terme keine Rolle spielen würden von ihrer Bedeutung, von ihrer Größe, sondern weil sie nicht genau in den IPCC-Kontext hineinpassen. Nun sehen wir uns mal die Wasserdampfrückkopplung etwas genauer an und nach Clausius Clapeyron wissen wir, dass die Wasserdampfkonzentration exponentiell mit der Temperatur ansteigt. Das sehen wir auch aus den verschiedenen Klimazonen, wie unterschiedlich dort die Luftfeuchtigkeit am Pol oder am Äquator aussieht. Aber wir haben auch schon bei niedrigeren Luftfeuchtigkeiten bereits eine Sättigung auf den Wasserdampflinien und dieses führt genauso, wie ich das eben dargestellt habe, für das CO2 bereits sehr bald zu einer entsprechenden Sättigung. Und eine logarithmische Kurve und eine exponentielle Kurve gibt zusammen, wie wir das hier sehen können, einen praktisch geraden Verlauf, hier dargestellt, berechnet für höhere Breitengrade, mittlere Breitengrade und die Tropen. Und wir sehen eben hier die Absorptivität als ein wesentliches Maß dafür, wie die sowohl für die langwellige Strahlung hier oben und hier für die kurzwellige Strahlung linear mit der Oberflächentemperatur ansteigen werden. Nun, das hat insofern eine Bedeutung, dass also mit ansteigender Temperatur und damit auch ansteigender Absorption die langwellige Strahlung stärker zurückgehalten wird und nicht so gut abgestrahlt wird von der Atmosphäre ins Weltall. Also dieses sich bemerkbar macht als eine positive Rückkopplung. Auf der anderen Seite haben wir aber von der kurzwelligen Strahlung, die ja so als Sonnenstrahlung in die Atmosphäre eindringt, bei einer erhöhten Absorption und damit mit wachsender Temperatur eine stärkere Absorption, weniger Strahlung kommt am Erdboden an und dieses führt zu einem negativen Rückkopplungsbeitrag, sodass eines positiv, das andere negativ geht. Sie sehen das hier mit den entsprechenden Änderungen über die Temperatur. Diese Größen werden nun, diese Korrekturen in der kurzwelligen und langwelligen Absorptivität werden nun in das Bilanzgleichungssystem eingesetzt und das dann iterativ gelöst. Dabei führt also die erhöhte Temperatur durch den höheren CO2-Anteil, der ja schließlich immer der Treiber auch für die Temperatur ist, zunächst zu diesen entsprechenden höheren Absorptivitäten. Diese höheren Absorptivitäten ihrerseits geben wieder eine Temperaturkorrektur, die Temperatur, wieder höhere Absorptivitäten und so weiter und so fort und das wird so lange gerechnet, durchgerechnet, bis sich Selbstkonsistenz in den Temperaturdaten einstellt. Das ist dann das Ergebnis einer solchen Rückkopplung, die dabei herauskommt. Nun, und hier sehen Sie das Ergebnis. Ohne Wolken ist diese Rückkopplung, ist die Verstärkung, auf die ich mich hier jetzt mal konzentrieren will, bei knapp 1,6 oder ein Anteil, ein Anwachsen von 57 Prozent gegenüber dem Nicht-Feedback-Term. Bei Wolken reduziert sich das ganz erheblich, wie Sie hier sehen, auf nur 1,14 oder plus 14 Prozent, im Unterschied zu den Angaben, wie Sie sie im Sachstandsbericht lesen können, mit einer Verstärkung, Rückkopplung von einem Faktor 2 oder plus 100 Prozent. Also ein erheblicher Unterschied. Nun fragen Sie, was sind die Gründe dafür? Und es gibt aus meiner Sicht dafür drei Erklärungen. Die eigenen Rechnungen berücksichtigen auch die kurzwillige Absorptivität, auf die ich eben hingewiesen hatte, die zu einer negativen Rückkopplung mit beiträgt. Nicht so stark wie die positive, aber das ein wenig kompensiert. Dieses ist in der Literatur nirgendwo zu finden. Das ist nicht in den IPCC-Berichten erwähnt oder aufgeführt. Darüber hinaus werden, das ist ein spezieller Fall, will ich nur kurz ansprechen, die Absorptionsquerschnitte, die für die Berechnung der Spektren eine Rolle spielen, die werden konstant angesetzt in den IPCC-Rechnungen, aber wenn sich die Oberflächentemperatur selber weiter verändert, sind die entsprechend wieder zu korrigieren, anzupassen. Auch das gibt eine Korrektur nach unten. Dann haben wir als Hauptanteile vor allem in der Berechnung der langwelligen Absorptivität mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bei der die Rechnungen, die wir in den IPCC-Berichten finden, nur, und das explizit erwähnt wird, von wolkenfreien Berechnungen ausgehen. Das macht einen erheblichen Unterschied zu einer Bewölkung. Diese Rechnungen, die ich hier Ihnen vorstelle, habe ich gesagt, sind einmal als Vergleich ohne Bewölkung, mit Bewölkung und sogar mit 100% Bewölkung berechnet, sodass man die Unterschiede damit besser erkennen kann. Nun, und zweitens wird hier mit einer niedrigeren Wasserdampfkonzentration für mittlere Breiten, wie sie der amerikanischen Normatmosphäre entsprechen, gerechnet, im Allgemeinen gerechnet, aber global haben wir eine Luftfeuchtigkeit, eine erhöhte Konzentration, die fast ein Faktor 2 größer ist. Diese sind die wesentlichen Korrekturen, die dafür verantwortlich sind, dass wir zu einer deutlich niedrigeren Wasserdampfrückkopplung auf diese Weise kommen. Nun, die Lapse-Rate und Oberflächen-Albedo-Rückkopplung, die eine etwas negativ, die andere positiv, sind unverdächtig aus der Literatur zu übernehmen. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Und dann kommen wir aber, wie meine Berechnungen gezeigt haben, doch zu dem Fall, dass wir, wie das hier gerade für den wolkenfreien Fall dargestellt ist, sehen, dass die atmosphärische Temperatur weniger empfindlich auf einen CO2-Anstieg reagiert als die Erdtemperatur. Daraus folgt aber, dass in der Konvektionszone dementsprechend mehr Wärme von der Oberfläche abgeführt wird. So, das heißt, der sensible Wärmefluss wächst mit der CO2-Konzentration. Nun, ein erhöhter Fluss vom Boden zur Atmosphäre führt aber zu einer Kühlung und dementsprechend ist das eine negative Rückkopplung. Nun, ohne Wolken gibt es keinen so sensationellen großen Anteil, aber minus 6 und der geht sogar bei mittlerer Bewölkung noch weiter zurück auf nur minus 2%. Aber grundsätzlich habe ich Ihnen erst einmal diesen Effekt auch darstellen wollen, weil er insbesondere bei dem nächsten Fall, nämlich der Evaporationsrückkopplung, eine ganz maßgebliche Rolle widerspielt. Genauso, wie wir das eben gesehen haben, ist auch bei der Verdampfung von Wasser und der Sublimation von Eis dementsprechend eine Kühlung der Oberfläche damit verbunden. Das kennen wir und das ist das, was normalerweise durch den sensiblen und den latenten Wärmefluss schon beiträgt. Dieses führt zu einer Kühlung und eine erhöhte Bodentemperatur, die wir jetzt ausrechnen durch den CO2-Anteil, muss dementsprechend natürlich auch zu einem erhöhten Evaporationsanteil beitragen. Das ist also eine negative Rückkopplung. Und der latente Wärmefluss kann in guter Näherung erst einmal so proportional als Differenz von der Erdoberflächentemperatur zur Gefrierpunktstemperatur gesetzt werden. Nach dem Kirchhoffschen Gesetz gilt dann also mit solch einem Wärmetransferkoeffizienten dementsprechend eine Rückkopplung, die hier schon bei mittlerer Bewölkung, die uns natürlich maßgeblich interessiert als der Normalfall, schon bereits minus 44 Prozent dazu beiträgt. Also ein ganz erheblicher Anteil, der in den Sachstandsberichten überhaupt nicht erwähnt wird, überhaupt nirgendwo diskutiert wird. Können Sie durchsuchen, können Sie durchgehen, einen Anteil, der einen maßgeblichen Einfluss auf die Stabilität unseres gesamten Temperatursystems hat, wird dort überhaupt nicht mit eingebracht für eine solche Betrachtung. Nun gut, kommen wir schließlich noch zu der Wolkenrückkopplung. Und wie wir aus Satellitendaten wissen, führt also eine reduzierte Bewölkung dementsprechend zu einer ansteigenden Temperatur. und wir haben aus den Daten von dem ISCCP-Daten sogar den Anteil der Erwärmung dabei ablesen können. Aber das gibt eben keine Antwort, warum es zu solchen Bewölkungsänderungen gekommen ist. Nur das Faktum erstmal aus der Beobachtung abgeleitet. Nun, einige Beobachtungen zeigen in der Tat, dass mit einer steigenden Temperatur und Luftfeuchte die Bewölkung zunimmt. Dieses wäre ein negativerer Kopplungsbeitrag. Eine erhöhte Bewölkung führt zu einer besseren Abschirmung der Solarstrahlung und damit zu einer eher Temperatursenkung. Insbesondere in tropischen Gebieten beobachtet man das. Und wir sprechen dann von einer thermisch induzierten Wolkenrückkopplung. Nun, im Unterschied haben wir aber, hier muss ich bedienen, eine andere Beobachtung, die zeigen genau das Gegenteil. Aus den Wolken ergibt sich damit auch nach der Feststellung des IPCCs die bei weitem größte Unsicherheit für die Einschätzung dieser Klimasensitivität überhaupt. Nun, und sie wird angegeben vom IPCC, verursacht durch die CO2-Erwärmung als positive Rückkopplung mit dieser Größe an Rückkopplungsfaktor, nennen wir das einmal. Nun, wenn wir diese Werte alle zusammentragen, dann sehen wir auf der einen Seite die Coupled Model Intercomperation Project Phase 5, dafür steht diese Abkürzung, in dem 30 Atmosphären, Ozean, Zirkulationsmodelle zusammengefasst sind und daraus jeweilige Mittelwerte, die einzelnen Ergebnisse streuen auch sehr stark, aber Mittelwerte daraus zusammengestellt werden. Dabei wird ausgegangen von einer Klimasensitivität ohne Rückkopplungen von 1,06 Grad und mit diesen entsprechenden Rückkopplungen, die ich hier eben alle der Reihenfolge nach angesprochen habe, Konvektions- und Evaporation gibt es dort nicht in den Modellen, auf eine Klimasensitivität von 3,2 Grad. Von 3,2 Grad, die in einem kompletten direkten Widerspruch stehen zu der normalen Rückkopplungstheorie und die wir hier schon einfach sehen können, wenn eine Verstärkung angegeben wird für die Rückkopplung insgesamt von 2, dann ist 2 mal 1,06 normalerweise, wie wir das hier sehen und das auch sich nach dieser Formel hier entsprechend berechnen lässt, würde 2,12 Grad ergeben und nicht 3,2. Mehr als ein Grad Unterschied schon einmal als Diskrepanz. Die wesentliche Diskrepanz ist hier zu sehen zu meinen Rechnungen, bei denen wir hier einmal natürlich durch die Wasserdampf, die kleinere Wasserdampfrückkopplung und vor allem die Evaporationsrückkopplung eine deutlich niedrigere Klimasensitivität von nur 0,7 Grad hierbei erhalten, die hier bereits einen kleineren Anteil an Wolken, nämlich diesen Anteil an Wolkenverstärkung, Rückkopplung mit enthält. Dieses führt aber zu weiteren Inkonsistenzen bei den CEMIP-Modellen. Erstens sehen wir mit dem 3,2 Grad CO2-Anstieg von 90 ppm über das letzte Jahrhundert, würden wir damit über diese 90 ppm eine Erwärmung feststellen, ausreichend von knapp einem Grad. Im Unterschied zu dem, was wir in dem dritten Sachstandsbericht vom IPCC nachlesen konnten, eine Erwärmung über das letzte Jahrhundert von 0,6 Grad. Auch wenn über einige merkwürdige Verfahren nicht nachvollziehbare Verfahren, diese Temperatur, Herr Limburg kann sicherlich sehr viel präziser was darüber sagen, dieser Wert noch mehrfach nachkorrigiert worden ist auf 0,8 Grad, ist da noch immer eine Diskrepanz. Nun, zweitens haben wir festzustellen, dass eine beobachtete Bewölkungsänderung mit angenommener Rückkopplung nicht annähernd erklärbar ist damit, mit diesem 0,3. Dafür würde eine siebenfach höhere Wolkenrückkopplung erforderlich sein und das würde zu einer utopischen Klimasensitivität nach der üblichen Formel von 15 Grad führen und eine Erwärmung mit den 90 ppm noch von 2,3 Grad geben. Auch das ist utopisch, hat offensichtlich das IPCC selber erkennen müssen und deswegen solche Werte auch nicht direkt aufgeführt. Also ich will jetzt keine weiteren Schnürkeln mehr machen, aber Ihnen darstellen, meine Ergebnisse mit diesem ECS-Wert und den 90 ppm geben hier knapp 0,3 Grad an Beitrag. Das sollten Sie sich erst einmal kurz merken. Und selbst mit der totalen Wolkenrückkopplung mit diesem erhöhten Faktor 7 steigt die ECS nach diesen Rechnungen auf 1,2 Grad an und würde dann nur knapp 0,5 Grad betragen. Aber es gibt viele Hinweise darauf, dass wir nun also auch die Sonne noch erheblich zu berücksichtigen haben. Also als Zwischenbilanz, der Einfluss von CO2 mit diesem ECS von 3,2 ist deutlich zu hoch angesetzt. Es steht im Widerspruch zu vielen der Beobachtungen, die ich versucht habe anzudeuten. Zweitens sehen wir hier, es gibt klare Zeichen dafür, dass ein weiterer Einfluss für die Erwärmung und die Wolkenbildung verantwortlich sein muss. Und es wird niemanden hier in diesem Raum überraschen, dass das die Sonne offensichtlich sein muss. Nun, und wir wissen zum Beispiel auch aus der Beobachtung der Solarintensität und Auftragen der globalen Temperatur, dass diese Kurven hier weitgehend synchron zueinander verlaufen. Und ein Einbruch hier in den 40er bis 60er Jahren ist nur durch die veränderte Solaraktivität zu erklären. Hat überhaupt gar keinen Bezug zu einer kontinuierlich über die ganze Zeit angestiegenen CO2-Emission. Die erhöhte Solarintensität ist vorhin schon mal kurz angegeben worden von Thomas Weissmüller, so dass ich mich hier kurz fassen kann. Und wir gehen davon aus, dass über das letzte Jahrhundert etwa ein Anstieg im Mittel von 3 Promille angesetzt werden kann. Und alleine in der Zeit, über die wir die Wolkenmessungen beobachten konnten, in den 80er und 90er Jahren bereits einen Beitrag von einem Promille gezeigt haben. Das führt dazu, dass wir auf der einen Seite eine Solarsensitivität anführen müssen, in Analogie zu der Klimasensitivität, die den CO2-Anteil entsprechend berücksichtigt. Das sehen Sie hier, dass ein Promillerhöhung eine Temperaturerhöhung von knapp einem Zehntel Grad liefern würde. Nun, mit dieser Solaranomalie gibt das dann bereits 0,27 Grad. Aber diese Solarintensität und der Einfluss, der sich in Form einer Erwärmung am Boden bemerkbar macht, ist natürlich den gleichen Rückkopplungsprozessen ausgesetzt, wie das CO2 das verursacht hat. Also muss dieser Wert auch entsprechend mit diesen Werten noch verstärkt werden. Das führt dazu, dass wir sehen, bei dem C-MIP-Modell mit einer Verstärkung von 3, wie sie da aus den Modellen herauskam, würden wir einen zusätzlichen Beitrag von 0,8 Grad erhalten, zusätzlich zu den 0,9, die durch das CO2 verursacht werden. Also kann komplett ausgeschlossen werden. Für meine Betrachtungen ergibt das 0,18 Grad und nun komme ich auch gleich zum Schluss. Bisher habe ich aber nur den temperaturbedingten Anteil betrachtet. Aber zusätzlich haben wir natürlich auch noch zu berücksichtigen, und da darf ich nur Vorwege daran erinnern, was wir morgen dann im Vortrag von Hendrik Zvensmark und Nier Schawif hören werden, dass also die kosmische Strahlung wiederum über direkte Sonneneinstrahlung eine Rückwirkung auf die Wolkenbildung hat. Dem will ich nicht vorgreifen, aber das geht in meinen Rechnungen mit ein, wird einbezogen in das Modell. Bei mir wird nur angenommen, dass der Anstieg in der Solarintensität von einem Promille über den Zeitraum, über den wir sehen konnten, dass sich die Bewölkung um fast 7% verändert hat, dass wir dieses einbeziehen in die Rechnung und das führt dann dazu, dass die solarinduzierte Wolkenrückkopplung, wie ich das Ganze hier benannt habe, jetzt um diesen Anteil durch die Solaraktivität nochmal weiter verstärkt wird, sogar um einen Faktor bis zu 2,7, also von 0,06 auf 0,16 Grad pro Promille Intensitätsänderung. Und daraus ergibt sich so zum Schluss eine Gesamtbilanz, Temperaturbilanz dargestellt durch ein solches Diagramm, bei dem Sie sehen, dass hier die Solarrückkopplung hier vorne eine Rolle spielt und dieser Anteil dann zusammen mit dem CO2-Anteil dann nochmal einer thermischen Rückkopplung unterliegt. Und in dieser Form sowohl die Solaranteile und die CO2-Anteile entsprechend bewertet werden können. Und dann erhalten wir als Endergebnis, dass die mit einer Solaranomalie von 3 Promille die Sonne knapp 0,5 Grad als Erwärmung über das letzte Jahrhundert beigesteuert hat und das CO2 mit dem 90 ppm Anstieg von 1900 bis 2000 nochmal 0,26 Grad dazu beigetragen hat. Diese Summe stimmt praktisch identisch exakt überein mit den Daten, wie sie vom Goddard-Institut herausgegeben worden sind, für die Erwärmung über das letzte Jahrhundert von 0,74 Grad. Und sie stimmt überein mit der Wolkenrückkopplung und den Satellitendaten. So, abschließend erhalten wir also, dass die Sonne zumindest, sage ich mal vorsichtig, mehr als 60% an Erwärmung über das letzte Jahrhundert beigetragen hat und das CO2 weniger als 40%. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, vielen Dank. Zwei Fragen und nicht mehr. Der Herr im hellen Hemd, dessen Arm ging zuallererst hoch. Die Frage geht nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich kann nachvollziehen, dass der Solareffekt so war, aber nun ist ja seit etwa 10, 15 Jahren die Sonne extrem schwach. Kann man daraus schließen, dass dann die Solarerwärmung, die Sie dargestellt haben, das Limit umgekehrt im Vorzeichen, also in die andere Richtung geht, wenn die Sonne erstmal so schwach bleibt? Ja, das wird nichts an dem CO2-Anteil ändern. Es wird nichts an der Klimasensitivität, dem Parameter für den CO2-Anfluss ändern. Allerdings wird hier in der aktuellen, in der Gesamtbilanz, der absoluten Bilanz der Zahlen möglicherweise der Anteil von der Sonne stehen bleiben oder vielleicht etwas abgesenkt werden können. Ein längeres Ja oder Nein. Herr Professor Harder, Martin Limburg, mein Name. Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, der sehr einleuchtend die ganze Logik, die dahinter steckt und die Zahlen, die Sie herausgefunden haben, beleuchtet und uns auch erklärt. Ich habe keine Frage, sondern ich möchte nur ergänzen, dass dieser ECS-Wert nicht nur eine theoretische Größe ist, die in irgendwelchen Wissenschaftszirkeln, ob mit oder ohne Elfenbeinturm, umherläuft, sondern die ganz praktische Auswirkungen hat auf das Budget, was wir als Staaten an Emissionen noch erlaubt sind zu emittieren. Und wenn man da 3,2 zugrunde legt, dann haben wir eben nur noch ein paar Gigatonnen, die wir emittieren können. Das heißt, irgendwann 30, 35 ist das alles erschöpft und wir dürfen das Atmen sogar einstellen. Wenn wir aber 0,7 oder 1 oder 0,5, es gibt ja noch andere Zahlen, unterstellen, und da das logarithmisch läuft, dürfte das auf einige Tausend Gigatonnen hinlaufen und damit würde sämtliche Anstrengungen unnötig werden, CO2 zu vermeiden, einzusparen usw. Also dieser Wert ist politisch eminent wichtig und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Erkenntnisse auch breit in die Öffentlichkeit tragen und unsere politischen Entscheider überzeugen, sich dem auch mal anzunehmen. Das wollte ich loswerden. Als Physiker versuche ich, wegzukommen von den komplizierten Rechnungen, weil ich an die so gut wie nicht glaube. Viel zu viele Parameter, deren aufeinander wirken und parallel wirken, unklar ist. Das müssen Sie alles mit Hypothesen einsetzen. Viel einfacher wäre es, und da folge ich einem Satz irgendeines berühmten Physikers, der sagt, ein noch so berühmter Mann kann ein noch so tolles Modell aufstellen mit Ergebnissen, solange die aber nicht experimentell verifiziert sind, hat es als falsch zu gelten. Und das ist seit der Aufklärung in der Naturwissenschaft ein ehrenes Gesetz. Jetzt wäre es denn nicht der Beweis, wenn man die zurückliegenden, indem man bloß 2000 Jahre, und über die sind ja die Temperaturzyklen sehr gut bekannt, da müssten Sie jetzt mit diesen Annahmen eigentlich verifizieren können, dass das so erfolgt und nicht so, wie es immer jetzt noch gesagt wird, aus dem jetzigen Anstieg heraus sich endlos fortsetzt, wenn immer mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Also ich finde es positiv, dass Sie jetzt erst mal die Sonne reinbringen mit Ihren Schwankungen, das habe ich sehr vermisst. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie gesagt, solange eine Theorie nicht experimentell bestätigt ist, ist sie falsch, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber gilt sie nicht als bewiesen. Das ist sicherlich absolut richtig. Mein Ansatz war, will ich jetzt hier nur noch mal ganz kurz andeuten, mein Ansatz war natürlich, wenn man mit Modellen konfrontiert wird, bei denen nur die Ergebnisse dargestellt werden und die nicht nachvollziehbar sind, als Wissenschaftler habe ich gelernt zu versuchen, Ergebnisse zu reproduzieren und nachzuvollziehen. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, und das ist eine wirkliche Mühe, diese Spektren erst einmal durchzuarbeiten, denn diese 900.000 Linien, das ist das wenigste dabei. Die habe ich in einer Datenbank, die von dem Programm abgerufen werden und einbezogen werden und dann berechnet werden. Aber dieses sind wahnsinnig viele Läufe. Jede einzelne Schicht, von der ich gesprochen habe, diese 200 Schichten, müssen gerechnet werden. Das für die verschiedenen Drücke oder die Konzentration und so weiter, das sind 1000 Einzelrechnungen gewesen, die da zusammengetragen werden. Aber irgendwo glaubt man ja an eine vernünftige Physik dazu. Und die habe ich versucht in einem vergleichsweise übersichtlichen Modell, aber das von den Grundprinzipien, nämlich der Energieerhaltung ausgeht, an der ist kein Zweifel zu sehen. Und wenn man dann die Strahlungsflüsse kennt und auch die Wärmeflüsse noch einbezieht, und dann muss man allerdings Schritt für Schritt diese Fieselei-Arbeit, sage ich einmal, mit den Rückkopplungen durcharbeiten. Das ist das Mühseligste. Ja, Entschuldigung. Ja, Michael Schnell ist mein Name. Also Herr Professor Hade, ich habe mich sehr gefreut über den Vortrag, denn das, was Sie theoretisch abgeleitet haben, werde ich Ihnen morgen zeigen im Experiment. All diese Daten, die Sie haben, habe auch ich gesehen. Und ich habe noch eine Frage dazu. Ich habe immer überlegt, ob die Rauchgasentschwebelung, auch ich war der Meinung, dass die Wolken unterschätzt wurden. Die Wolken haben einen sehr großen Einfluss auch auf die Strahlung von CO2. Sie behindern nämlich diese Strahlung. Und ich bin auch wie Sie zum Schluss gekommen, die Wolken sind unterschätzt worden. Und meine Überlegungen waren, das ist jetzt die Frage, ob auch die Rauchgasentschwebelung, die es ja in den 70er Jahren massiv gegeben hat, zu einer Verringerung der Erizole geführt hat und damit zur Verringerung der Wolkenbildung. Ja oder nein? Kann ich nicht beantworten. Das kann ich einfach nicht beantworten. Was dahinter steht. Ich habe nur in meinem Modell das, was beobachtet werden konnte in den 80er, 90er Jahren als Folgenänderung und der Temperatur in mein Modell einbinden können, als Beobachtungshintergrund. Nichts anderes. Keine Erklärung. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt wissen alle schon, dass Sie ein paar Kekse zum Advent bekommen. Danke, danke.